Ihr wolltet, dass ich afghanisch essen gehe. Und da ich gerade in München mit Wirt bin, sind wir zusammen in ein kleines traditionelles Lokal. Als Vorspeise gab's typisch afghanisch Bolani. Das ist mit Fleisch gefülltes Fladenbrot. Für die Hauptspeise gab's dann was vom Grill. Wirt hatte Kebab mit Samarot Palau. Das sind gegrillte Lammspieße mit einem traditionell gemachten Reis. Ich hatte dann Kabelipalau Bakurma. Das ist Rind mit Rosinenreis. Es war alles mega lecker und jetzt kommentiert welche Küche als nächste.